AI-Coins reagieren auf NVIDIA-Rekordeinnahmen NVIDIA hat im zweiten Quartal 2024 Rekordeinnahmen von etwa 30 Milliarden US-Dollar erzielt. Trotz der beeindruckenden Zahlen fiel die NVIDIA-Aktie nachbörslich um 2,1% auf 125 US-Dollar. Die Ankündigung der Quartalszahlen führte im Vorfeld zu einer Kurs-Explosion vieler AI-Coins. Nach der Veröffentlichung der Zahlen kam es jedoch zu Gewinnabschöpfungen bei verschiedenen Kryptowährungen. Besonders betroffen sind AI-Coins wie NIR, FET und BittenSor, die deutliche Verluste verzeichnen. In der vergangenen Woche stiegen AI-Coins stark an, jetzt steht die Frage nach einem erneuten Boom im Raum. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere Informationen zu Kryptowährungen abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an.